Freundinnen und Freunde der Sterne, was bringt das Jahr 2021 für euch, für eure Beziehungen, eure berufliche Ausrichtung und auch gesundheitlich? Darum geht es in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit dem Jahreshoroskop 2021. In diesem Beitrag werde ich euch die wichtigsten Tendenzen des Jahres für jedes Sternzeichen vorstellen, und zwar für Liebe und Beziehungen, Karriere und Finanzen und Gesundheit und Vitalität. Diese Trends basieren auf dem großen Jahrbuch 2021 von meinem Mann Ray Merriman und mir, das jetzt erhältlich ist. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen anfängt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vorher habe ich aber noch ein paar wichtige kosmische Infos für das neue Jahr und eine Verlosung für euch. Ihr könnt nämlich eins dieser Bücher von mir persönlich signiert gewinnen. 2021 haben wir eine wichtige und große neue Themenausrichtung, denn Jupiter und Saturn gehen ins Zeichen Wassermann. Das ist zum einen das Signal für den Aufbruch in die neue Luftepoche und deswegen auch langfristig ein großer und wichtiger Wechsel. Zum anderen wird dieser Übergang begleitet von einem energiereichen Aspekt, einem sogenannten Quadrat zwischen Saturn im Wassermann und Uranus im Stier. Das ist ein mächtiger Motor für neue Entwicklungen und Herausforderungen, verbunden mit der Chance, nach und nach die Schwierigkeiten des Jahres 2020 hinter uns zu lassen. Das Zusammenspiel von Saturn und Uranus ist vielschichtig, weil sie recht gegensätzliche Prinzipien verkörpern. Saturn ist der Traditionalist unter den Planeten und Uranus der Erneuerer. Auch Saturn und Jupiter im gleichen Zeichen verkörpern sehr unterschiedliche Kräfte. Saturn steht für Konzentration und Zusammenziehung, während Jupiter Wachstum und Ausdehnung symbolisiert. Auf viele von uns wirken also gleichzeitig sehr unterschiedliche Motivationen, zum Beispiel der Wunsch, etwas in unserem Leben zu verändern und gleichzeitig die Angst, dafür etwas Bekanntes und Bewährtes loszulassen. Es wird tolle Gelegenheiten für Wachstum und Erfolg geben, aber gleichzeitig steigt die Verantwortung. Wir brauchen viel Disziplin und müssen uns anstrengen. Den Übergang in die Luftepoche spüren viele sensible Menschen bereits. Eine Ahnung, dass wir durch ein Tor in ein neues Zeitalter gehen, liegt in der Luft. In unserem Jahrbuch sind wir sehr genau und differenziert auf die komplexe Wechselwirkung von Saturn, Jupiter und Uranus für euer Leben eingegangen. Und natürlich haben wir auch die übrigen klassischen Planeten sowie Lilith und Chiron gedeutet. Außerdem haben wir aufgeführt, bei welchen Geburtstagskindern die Planeteneinflüsse ganz direkt auf die Sonne im Horoskop wirken. Und ihr findet im Buch Anregungen dazu, welche speziellen Aufgaben und Chancen in der neuen Luftepoche auf euer Sternzeichen warten. Und natürlich wie immer die Highlights und die kritischen Phasen in jedem Bereich für das ganze Jahr. Und passend dazu verlose ich in diesem Video ein von mir persönlich signiertes Exemplar unseres Jahrbuches unter allen, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Näheres dazu erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Übrigens, die neuen Grafiken für die Sternzeichen-Videos stammen aus meinem Antonias-Sterne-Kalender. Ich hoffe, sie gefallen euch. Bevor wir gleich loslegen, hier noch ein Tipp. Schaut euch gegebenenfalls auch das Zeichen eures Aszendenten an. Es kann euch zusätzlich wertvolle Infos geben. Wenn ihr euch in dem Jahreshoroskop so gar nicht wiederfindet, bedenkt bitte, dass euer Geburtshoroskop aus viel mehr als nur dem Sternzeichen und dem Aszendenten besteht und noch vielfältige weitere Einflüsse empfängt. In dem Fall kommt vielleicht eine persönliche Beratung oder ein schriftliches Jahreshoroskop als PDF für euch in Frage. Mehr Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kann es losgehen mit den Jahreshoroskopen und wir beginnen mit den Wiedergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen. Freut euch auf ein Jahr, in dem vieles runder läuft. Drei anstrengende Jahre liegen nun hinter euch. Doch jetzt stehen die großen Player Saturn und Jupiter günstig. Saturn zeigt an, dass eure Bemühungen nicht umsonst waren, sondern Früchte tragen. Und Jupiter verleiht euch eine optimistische Grundstimmung und die Möglichkeit für wirtschaftliches Wachstum. Außerdem Erfolge durch Mitstreiter aus eurem beruflichen Netzwerk. Auch für euer Privatleben ist das ein schöner Einfluss. Ihr seid beliebt und lernt nette neue Leute kennen. Liebe und Beziehungen. In sozialer Hinsicht wird es ein gutes Jahr für euch. Ihr seid beliebt. Freundschaften blühen und sobald wir wieder feiern dürfen, bekommt ihr garantiert viele Einladungen, sowohl von alten Freunden als auch neuen Bekanntschaften. Solide, bodenständige Menschen mit gutem Urteilsvermögen sind die beste Gesellschaft für euch. Und in der Liebe sieht es so aus, dass Freundschaften und Bekanntschaften auch zu Romanzen führen können. Für einige von euch rät der Aspekt von Pluto zur Vorsicht. Ihr solltet Menschen meiden, die negativ und selbstzerstörerisch sind. Außerdem macht ihr am besten einen Bogen um Situationen, bei denen es um mögliche Schuldengeschichten geht. Wenn ihr gemeinsam Pläne für größere Investitionen und Anschaffungen macht, gebt nicht mehr aus, als ihr euch leisten könnt. Für die Singles begünstigen die Aspekte Schwärmereien und plötzliches Verliebtsein. Ihr spürt eine wunderbar starke Chemie mit anderen Menschen. Im zweiten Halbjahr werden Begegnungen intensiver und interessante und ungewöhnliche Menschen inspirieren euch mit ihren unabhängigen und kreativen Gedanken. Der beste Rat für euch ist, vor die Tür zu gehen und aktiv zu sein. Sobald Jupiter im Dezember 2020 in den Wassermann geht, gibt es Grund zur Hoffnung, dass das Reisen weltweit wieder leichter wird als unter den aktuellen Beschränkungen, die euch doch sehr zusetzen. Karriere und Finanzen. Wenn ihr konsequent geblieben seid und euch unbeirrt auf eure Karriereziele fokussiert habt, dann erntet ihr in den nächsten zwei bis drei Jahren die Früchte all eurer Arbeit, Geduld und Ausdauer. 2021 unterstützt euch dabei über weite Strecken Glücksplanet Jupiter. Je klarer ihr eure Ziele und Pflichten definiert und andere positiv einbindet, desto leistungsstärker seid ihr. Man könnte euch eine Stellung mit mehr Verantwortung anbieten und ihr solltet die Chance ergreifen, neue Projekte mit Leuten zu beginnen, die euch respektieren. Ihr könnt in den kommenden drei Jahren Großartiges leisten. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Pluto steht, ist sehr wichtig, dass ihr Menschen meidet, bei denen ihr spürt, dass sie auf eure Kosten Macht an sich reißen wollen. Sucht euch ehrliche Leute aus, die keine versteckten, unlauteren Pläne haben. Manche Menschen geben sich zwar oberflächlich freundlich und entspannt, doch ihr geheimes Motiv ist, euch eure Befugnis wegzuschnappen. Finanziell sind die Tendenzen positiv. Ihr könnt euch von Rückschlägen im vergangenen Jahr erholen und vielleicht sogar eine Investition tätigen. Dabei ist es empfehlenswert, alle finanziellen Vorhaben gründlich zu durchdenken und gute Berater einzubeziehen. Gesundheit und Vitalität. Es sieht insgesamt nach einem positiven Jahr für euch aus. Falls ihr bisher von Saturn-typischen Problemen wie Rückenschmerzen, Versteifung, Erschöpfung oder auch Zahnproblemen geplagt wurdet, sollte das nun allmählich nachlassen. Denn auch die Ursachen wie hoher Stress und Druck in eurer Arbeit werden weniger. Chiron, der sich ja in eurem Zeichen befindet, steht über weite Strecken des Jahres günstig zu Saturn und das ist gut für die Unterstützung. Das heißt, chronische Leiden und Erkrankungen sind leichter zu handhaben und falls ihr euch von eurer Konstitution mal schwach fühlt, kann euch dieser Aspekt stabilisieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr eine bessere gesundheitliche Versorgung bekommt oder dass ihr endlich den Arzt oder Heiler trefft, der euch wirklich helfen oder eine Behandlung mit Langzeiterfolg anbieten kann. Mehr Einzelheiten und alle Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres findet ihr dann in meinem Jahrbuch für 2021. Da stehen auch die Geburtstagskinder drin, die besonders wichtige Aspekte direkt auf die Sonne empfangen. Hallo ihr fabelhaften Stiergeborenen! 2021 kann ein ganz besonderes Jahr für euch werden. Dank Machtplanet Pluto wächst euer Einfluss und ihr findet in eure Kraft. Neptun bringt euch Inspiration und Fantasie. Uranus und Saturn fordern euch heraus, euch neu zu erfinden, denn eure friedliche, berechenbare Welt kann plötzlich von Störungen und neuen Umständen aufgewirbelt werden. Zum einen ist die Zeit günstig, um eure Fähigkeiten zu erweitern, ein Abenteuer zu wagen oder die Bekanntschaft von ungewöhnlichen Menschen zu machen. Zum anderen müsst ihr aufgrund plötzlicher Veränderungen bereit sein, eure Pläne zu ändern und anzupassen. Aber euch fällt ja immer eine clevere Lösung ein. Liebe und Beziehungen. Wahrscheinlich geht ihr durch eine Phase der Veränderung des Lebensstils und äußeren Erscheinung, denn Uranus und im ersten Halbjahr auch Lilith gehen durch euer Zeichen. Das steigert euer Charisma und eure Anziehungskraft. Für Singles können sich aufregende neue Beziehungen mit viel körperlicher Chemie ergeben, doch da könnten auch Leute dabei sein, die herzlich wenig mit euch gemeinsam haben. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ihr müsst zunächst mal eine gemeinsame Basis schaffen. In festen Beziehungen kann Uranus auf eine Trennung hinweisen. Daher ist es ganz wichtig, dass ihr euren Partner wissen lasst, wenn sich eure Ziele und Bedürfnisse im Leben ändern. Schließlich könnt ihr auch gemeinsam mit dem Partner euch weiterentwickeln. Dabei hilft euch auch der Einfluss von Romantikplanet Neptun. Denn so sehr ihr auch besorgt sein mögt, dass eure Beziehung euch einengt oder vielleicht nicht ganz passt, ihr möchtet ebenso gern verführerisch sein und verführt werden. Ihr mögt es, wenn man euch Geschenke macht und schenkt auch selbst gerne. Die Sterne fördern euer soziales Leben, selbst dann, wenn ihr in eurer Partnerschaft manchmal frustriert seid. Plant deshalb gemeinsame kulturelle, gesellschaftliche und künstlerische Unternehmungen. Sie stärken bestehende und auch neue Beziehungen. Karriere und Finanzen. Es stehen weitreichende Veränderungen in eurer Lebensausrichtung an. Diese können eure Karriere betreffen oder eure Berufung, ebenso wie euren Arbeitsort oder die Tätigkeiten, die ihr ausübt. Neue Arbeitsstellen, andere Zuständigkeitsbereiche, Entwicklung neuer Fertigkeiten, neue technische Ausrüstung sowie neue Teams und Kollegen oder Kundenkreise. All das ist im Bereich des Möglichen. Gleichzeitig müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mehr Verantwortung übernehmt, als ihr meistern könnt. Denn unter dem Einfluss von Saturn und Uranus neigt ihr dazu, euch zu viel auf einmal vorzunehmen. Vielleicht hat auch die Zusammenarbeit mit anderen zur Folge, dass aufgrund nicht eingehaltener Zusagen Lücken und Verzögerungen entstehen und ihr in Schwierigkeiten kommt. Auch gesundheitliche Probleme können der Grund für Engpässe und Verspätungen sein. Ihr müsst einfach öfter Pausen einlegen und euren Terminplan gut organisieren, damit ihr eine gesunde Balance habt zwischen eurer Arbeit, Freizeitaktivitäten und Ausruhen. Finanziell ist es ein Jahr, in dem ihr viel verdienen, aber auch einiges verlieren könnt. Seid vorsichtig, denn ihr selbst oder auch Geschäftspartner könnten den Wert einer Sache überschätzen und dadurch Verluste einfahren. Von Mitte Mai bis Ende Juli könnt ihr finanziell aufatmen und höheres Einkommen erzielen. Gesundheit und Vitalität. Der gleichzeitige Einfluss von Uranus und Saturn bringt einige Herausforderungen mit sich. Achtet auf einen ausgeglichenen Lebensstil, Ausdauertraining und alles, was euch hilft, in einem guten inneren Rhythmus zu finden. Wenn ihr euch zu viel Stress aussetzt, merkt ihr das vielleicht an Herzrhythmusstörungen oder nächtlichen Wadenkrämpfen. Auch eure Haut wird vermutlich schneller als sonst mit Irritationen und Reizungen reagieren. Chirons günstige Verbindung mit Saturn kann eure innere Balance unterstützen und der vorteilhafte Einfluss von Neptun legt nahe, dass spirituelle Techniken wie Meditation oder Yoga oder Schwimmen und sanfte Anwendungen wie Massagen ganz viel zu Wohlbefinden oder sogar Heilung beitragen können. Im Zweifelsfalle solltet ihr sicherstellen, dass eure geistige und seelische Gesundheit Vorrang hat, ganz gleich, wie ehrgeizig ihr euch fühlt. Mehr Infos zu den Aspekten der Planeten und viele ausführliche Beispiele und Tipps, wie sich das auf euren Alltag auswirkt, findet ihr in unserem Jahrbuch. Außerdem die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte direkt empfangen und natürlich die Highlights und die kritischen Phasen des ganzen Jahres. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen! Freut euch auf ein Jahr mit viel Anerkennung und Gelegenheiten, Erfolge zu feiern, denn der aufsteigende Mondknoten rückt euch in den Fokus der Aufmerksamkeit. Ihr habt jetzt Vorbildfunktionen. Der Einfluss von Neptun zeigt, dass weiterhin Vertrauensfragen im Raum stehen, zeigt euch zuverlässig und umgebt euch mit vertrauenswürdigen Menschen. Jupiter und Saturn stehen günstig. Das bringt eine Mischung aus Erfolg und Leistung, vor allem, wenn ihr organisiert und diszipliniert seid. Wenn ihr bei euren Projekten und Plänen weiterhin schön den Kurs haltet, dann stehen die Erfolgschancen prächtig. Für die Liebe und die Beziehungen sind die Tendenzen günstig. Wenn ihr fest liiert seid, findet ihr nun leichter eine gemeinsame Ausrichtung im Leben. Zusätzlich könnt ihr neue Freundschaften oder wichtige Geschäftsverbindungen aufbauen. Menschen, denen ihr begegnet, können dazu beitragen, mehr Klarheit in Bezug auf eure Zukunft zu schaffen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr unter dem Einfluss des Mondknotens sogar euren Seelenpartner oder Partnerin treffen. Allerdings zeigt Neptun die Möglichkeit unklarer Situationen oder Dreiecksbeziehungen an. Zum Beispiel, wenn ihr euch für eine Person interessiert, diese aber bereits jemand anderen im Auge hat oder schon gebunden ist. Schützt euch davor, indem ihr euch bewusst seid, wo eure Grenzen liegen und auch die Grenzen anderer Menschen respektiert. Der schöne Aspekt von Jupiter und Saturn kann eine wichtige Wende einleiten, die zu besseren Beziehungschancen und guten Erfahrungen mit passenden Partnern führt. In der zweiten Jahreshälfte bekommt ihr Besuch von Lilith und das zeigt intensive Begegnungen an. Sie bringen euch in Kontakt mit inneren Wünschen und Bedürfnissen, die ihr zuvor noch nie recht ausgelebt hattet. Auch in festen Beziehungen kann euch Lilith dabei helfen, Tabugrenzen zu überwinden und eure geheimsten Bedürfnisse auszusprechen. Dadurch könnt ihr gemeinsam neue Dimensionen der Erotik und Intensität erschließen. Karriere und Finanzen. Der Mondknoten in eurem Zeichen ist ein starker Hinweis auf Beachtung und Anerkennung. Viele von euch haben jetzt Vorbildfunktion, handelt also verantwortungsvoll. Das sollte euch mit Unterstützung von Jupiter und Saturn gelingen, die Verlässlichkeit und beruflichen wie finanziellen Erfolg anzeigen. Ihr könnt jetzt Projekte vollenden, an denen ihr schon zwei bis drei oder sogar fünf Jahre gearbeitet habt. Eure Mühen tragen Früchte und entweder eure Freunde oder die Menschen, mit denen ihr langfristige Beziehungen aufgebaut habt, sind bei der Verwirklichung eine große Hilfe. Außerdem können Rechtsangelegenheiten, Verträge und Vereinbarungen erfolgreich für euch ausgehen. Ihr profitiert zudem von Weiterbildungen oder schließt vielleicht jetzt auch eine Ausbildung ab. Mit Webinaren und Online-Kursen könnt ihr viel Erfolg haben. Unter dem Einfluss von Neptun empfiehlt es sich weiterhin ehrlich und verlässlich zu handeln. Möglich sind auch undurchschaubare Szenarien mit Vorgesetzten, die nicht wissen, was sie wollen, oder die gesamte Firma driftet in eine Richtung, die unvorhersehbar ist. Klarheit zu geben und zu suchen ist die beste Lösung und beugt unangenehmen Konsequenzen vor. Finanziell wird es voraussichtlich ein gutes Jahr. Achtung nur während der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juli, da neigt ihr zu Spekulationen und Überschätzung und solltet euch zurückhalten, um keine Verluste zu erleiden. Gesundheit und Vitalität. Die günstigen Aspekte von Jupiter, Saturn und auch Chiron weisen auf Besserung in Bezug auf Langzeiterkrankungen hin. Typische Zwillingsprobleme durch ein zu hektisches Leben, weil ihr zu viel auf einmal jongliert, können jetzt in eine bessere Balance kommen und ihr werdet widerstandsfähiger. Das ist auch gut so, denn unter dem Einfluss von Neptun könnt ihr öfter Infektionsgefahren ausgesetzt sein. Deshalb sorgt dafür, dass euer Immunsystem stark und funktionstüchtig ist. Auch kann es zu Fehldiagnosen oder falschen Behandlungen kommen. Zögert nicht, euch gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen. Mehr wichtige Informationen, zum Beispiel zu der Wirkung der Sonnen- und Mondfinsternisse für euch, die Highlights und die kritischen Phasen und auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte empfangen. All das findet ihr in unserem Jahrbuch 2021. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen! Liebe, Beziehungen und Romantik bleiben auch 2021 große Themen für euch. Singles haben wunderbare romantische Chancen, fest liierte sind bereit, an ihrer Beziehung zu arbeiten und sich tiefer einzulassen. Die Erfahrungen des letzten Jahres haben euch einmal mehr gezeigt, was ihr schon immer wusstet. Der Zusammenhalt mit eurer Familie und Menschen, die euch wichtig sind, ist die Basis für alles und lässt euch auch Krisen gut überstehen. Beruflich ehrgeizige Krebse haben gute Chancen, erfolgreich zu sein, weiterzukommen oder erlittene Verluste wieder auszugleichen. Für die Liebe und Beziehungen versprechen die Sterne viel Liebe und Verliebtheit. Singles, sogar die Liebe eures Lebens, euer absoluter Traumpartner oder Traumpartnerin, könnte für euch bereitstehen. Besonders die Zeit von Mitte Mai bis Ende Juli hält wunderbare romantische Erlebnisse und Abenteuer mit anderen bereit. Auch Beziehungen, die sich auf der Basis von spirituellen Interessen oder mit Heilung assoziierten Themen entwickeln, werden wichtig. Mit solchen Menschen könnt ihr tiefe seelische Bindungen spüren oder sogar ein Gefühl des Wiedererkennens kann sich einstellen. Manche von euch stehen noch unter dem Einfluss von Pluto im Partnerhaus. Er zeigt intensive Begegnungen und Beziehungen an, doch ihr müsst unterscheiden lernen, welche gut für euch sind und welche euch schaden. Geht übermäßig dominanten Menschen, deren Vorstellungen von Partnerschaft eindeutig nicht mit euren Übereinstimmen, lieber aus dem Weg, selbst wenn sie euch faszinieren. Doch dieser Aspekt hat auch sein Gutes. Wenn ihr und euer Gegenüber auf derselben Wellenlänge liegen, was Ehrlichkeit und die Echtheit eurer Natur angeht, dann gibt es nichts zu fürchten. Dann ist die Zeit sogar gut, um eine feste Beziehung einzugehen oder eine bestehende Beziehung vertieft sich. Unter dem anregenden Einfluss von Uranus und im ersten Halbjahr auch Lilith erweitert sich euer Freundeskreis und neue interessante Menschen regen eure Kreativität an. Karriere und Finanzen. 2021 dürfte euch euren Träumen und Hoffnungen ein Stück näher bringen. Viele günstige Aspekte sorgen für Inspiration und schenken euch die Kraft, im beruflichen Einsatz die Organisation und das Management zu stemmen. Und dieses erfolgsverheißende kosmische Zusammenspiel wird sich für euch noch die nächsten drei bis vier Jahre auswirken. Außerdem regt Neptun eure Vorstellungskraft an und ihr habt super Ideen im Bereich Marketing und Werbung, wofür ihr viel positives Feedback erhaltet. Auch eure Intuition und Empathie sind gesteigert, was sich besonders günstig für beratende Tätigkeiten auswirkt. Wenn ihr mit Immobilien arbeitet, habt ihr ein exzellentes Auge für günstige Gelegenheiten. Da Pluto jedoch noch in Spannung zu eurem Zeichen steht, müsst ihr euch weiterhin vor Macht spielen oder möglichen Sabotageversuchen in eurem beruflichen Umfeld in Acht nehmen. Sobald ihr einen Braten riecht seitens anderer Mitarbeiter oder Chefs, solltet ihr Gegenmaßnahmen einleiten, damit keiner hinter eurem Rücken intrigieren kann, ohne zu wissen, dass ihr Bescheid wisst. Finanziell gesehen sieht dieses Jahr für alle Krebse sehr gut aus. Viele positive Faktoren ermutigen zu Handel und Spekulationen und deuten generell auf höheres Einkommen hin, sowie auch auf gewinnbringende Geschäfte oder auch die Vermehrung von Immobilienbesitz. Gesundheit und Vitalität. Der günstige Neptun-Aspekt wirkt harmonisierend und bringt euch in Fluss. Schwimmen, Wellness, Yoga oder Pilates sind sehr förderlich für euer körperliches Wohlbefinden. Chiron legt nahe, dass ihr euch auch um eure seelische Gesundheit kümmern solltet und er zeigt auch konkrete physische Auswirkungen an, zum Beispiel Probleme rund um den Magen-Darm-Trakt. Es ist wichtig, dass ihr die Bürden aufspürt, die mit eurer Karriere und auch wichtigen Lebensentscheidungen zu tun haben und die damit verbundenen Lektionen lernt und integriert. Spirituelle und alternative Heilmethoden können sich für euch als sehr effektiv erweisen. Empfänglich, sind auch eure Füße. Ihr könntet also mal Reflexzonenmassage ausprobieren oder andere gezielte Anwendungen, die eure Füße pflegen und verwöhnen. Mehr Einzelheiten, zum Beispiel über den Einfluss von Chiron und Lilith und Tipps, wie ihr mit dem Einfluss der Planeten umgehen könnt, erfahrt ihr in unserem Jahrbuch für 2021. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen und natürlich die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen. 2021 wird ein spannendes Jahr mit vielen neuen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch viel Arbeit für euch. Besondere Bedeutung kommt euren Beziehungen und Begegnungen zu. Wie ihr damit umgeht, trägt entscheidend zu eurem Erfolg und eurem Wohlbefinden bei. Ihr befindet euch in einem Zyklus, der euch auffordert, eure Ziele und Absichten in Beziehungen zu klären. Gehen oder bleiben? Annehmen oder ablehnen? Wem gegenüber trage ich Verantwortung? Das alles wird ziemlich aufregend und kann anfangs auch mit einigen Überraschungen einhergehen. Wahrscheinlich werdet ihr in eurem Lebensstil eine Menge verändern. Liebe und Beziehungen. Ganz bestimmt tut sich in euren Beziehungen viel, einschließlich vieler überraschender Begegnungen und auch Wendungen. Für Singles ist es ein exzellentes Jahr, um Leute kennenzulernen, die anders und aufregend sind und die euch die unkonventionelle Seite des Lebens näher bringen. Chemie und starke Anziehung liegen in der Luft. Doch manchmal stellt ihr nach den sprühenden Funken am Anfang vielleicht fest, dass eure Ziele und Werte nicht wirklich übereinstimmen und die Verbindung sehr unbeständig ist. Die Sterne empfehlen, von vornherein die gemeinsamen Ziele zu definieren, anstatt sich im Wirbel der Gefühle zu verlieren. Wenn jedoch alles passt, dann kann eine neue Bekanntschaft auch schnell zu etwas Festem werden, Verlobung und Hochzeit inklusive. Bei den festliierten Löwen verändert sich ebenfalls viel im Leben. Vielleicht solltet ihr nochmal ernsthaft darüber reflektieren, was ihr euch wirklich in der Beziehung wünscht. Welche Ziele verfolgt ihr und was sind eure Grenzen? Ihr solltet immer ehrlich mit eurem Partner kommunizieren, wenn sich für euch etwas ändert. Wenn es beiden Seiten unmöglich ist, gemeinsam weiter zu wachsen, kommt eine Trennung in Frage. Wenn euch eure Partnerschaft wichtig ist, müsst ihr gegebenenfalls auch bereit sein, euch an Veränderungen in den Lebensumständen oder der Persönlichkeit eurer Partner anzupassen. Karriere und Finanzen. Saturn, Jupiter und Uranus in Spannung zu eurem Sternzeichen bringen Veränderungen und neue Umstände rund um eure Arbeit und Karriere. Ihr könnt euch durchaus für erfolgsversprechende neue Möglichkeiten begeistern, doch zugleich müssen dafür auch neue Fähigkeiten erworben werden und ihr müsst euch darauf einstellen, unter bisher unbekannten Bedingungen oder in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Wichtig ist zunächst mal, die laufenden Projekte korrekt zu beenden. So erspart ihr euch Schuldgefühle, wenn ihr neue Angebote annehmt. Insgesamt könnt ihr damit rechnen, dass die Anforderungen an euch steigen werden. Ein denkbares Szenario ist, dass es euch gelingt, eine ersehnte Position zu bekommen, doch dann übersteigen die Anforderungen eure Vorstellungen bei weitem. Das Jahr kann einen Höhepunkt in eurer Karriere anzeigen, dafür müsst ihr aber womöglich Opfer in eurem Privatleben bringen. Deshalb seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Chiron im günstigen Aspekt stärkt euch, wenn ihr als Heilende, Coaches, Sozialarbeitende oder Lehrende arbeitet. Eure Stimme wird gehört, ihr könnt seriöse Unterstützung finden und nachhaltige Erfolge erzielen. Finanziell gesehen ist es nicht das beste Jahr, um große Risiken einzugehen. Besser ist eine konservative Einstellung. Günstige Möglichkeiten habt ihr durch neue Geschäftsbeziehungen, wobei ihr auch von der Expertise und dem Kapital profitieren könnt, die andere beisteuern. Gesundheit und Vitalität. Ihr neigt dazu, euch zu übernehmen, was dann zu stressbedingten Gesundheitsproblemen führen kann. Deshalb fragt euch bei neuen Aufgaben oder Vorhaben, ob ihr wirklich Freude daran und die Kraft dafür habt. Denn sonst könnten die von Saturn angezeigten Bürden, Stress und Verpflichtungen euch viel Energie kosten und langfristig eure Vitalität und Widerstandsfähigkeit schwächen. Gleichzeitig zeigt Uranus die Tendenz zur Überreizung von Herz- und Nervensystem an und macht euch ungeduldig. Unfälle aus Unachtsamkeit können die Folge sein. Sanfte Bewegungen wie Yoga, Stretching oder Tai Chi helfen gegen Verspannungen und Krämpfe. Der günstige Einfluss von Chiron zeigt, dass Heilung möglich ist, wenn ihr die Signale eures Körpers bewusster wahrnehmt und respektiert. Mehr Einzelheiten zu diesen äußerst wichtigen Aspekten und für welche Geburtstagskinder sie sich besonders auswirken, erfahrt ihr dann im Jahrbuch 2021. Da findet ihr auch eure Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen. Viele Zeichen stehen 2021 für euch auf Erfolg. Mit Machtplanet Pluto auf eurer Seite habt ihr die Gabe, andere positiv zu beeinflussen. Innovationsplanet Uranus inspiriert euch, macht euch erfinderisch und zeigt interessante und anregende Menschen an, die euren Weg kreuzen. Eure Fähigkeit, Projekte zu voller Blüte zu bringen, ist ausgezeichnet, solange ihr keine persönlichen Angelegenheiten dazwischen funken lasst. Denn Romantikplanet Neptun zeigt weiterhin wunderschöne Liebeschancen, aber auch romantische Verwicklungen an. Deshalb ist es wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben und Vertrauen zu fördern. Liebe und Beziehungen Der Einfluss von Neptun in eurem Partnerhaus zeigt idealistische und charmante Begegnungen an, aber es ist nicht immer einfach, sie richtig einzuordnen und ihre Natur zu verstehen. Wenn ihr mit eurem Gegenüber offen und ehrlich umgeht und über eure wahren Träume und Beweggründe sprecht, dann kann dieses Jahr den Singles unter euch wundervolle Romantik und Abenteuer bringen und die Festliierten erleben seelische Verschmelzung mit ihrem Liebsten. Jedoch können sich einige von euch auch desillusioniert und enttäuscht fühlen, wenn eine Liebesangelegenheit sich nach anfänglicher Begeisterung und hohen Erwartungen zerschlägt. Das gilt ganz besonders für unklare Situationen, bei denen zum Beispiel noch dritte Personen involviert sind. Nicht zuletzt kann Neptun im Partnerhaus leider auch anzeigen, dass der feste Partner auf Abwege gerät. Doch ihr erlebt auch unkomplizierte, geistig anregende Begegnungen ohne Heimlichkeiten, dafür aber voller Überraschungen. Das zeigt der Aspekt von Uranus. Diese können zu einer Freundschaft werden oder auch zu einer Liebesbeziehung. Der günstige Aspekt von Pluto macht für manche von euch eine sehr enge, exklusive Bindung möglich, die eure Zukunft beeinflusst. Wenn es sich um etwas Romantisches handelt, könnt ihr dadurch ganz neue Dimensionen von Erotik und psychologischer Tiefe erleben, die euch transformieren. Das ist dann die Art von tiefer, echter Liebe, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Karriere und Finanzen. Tolle Möglichkeiten bieten sich für eure Karriere und Arbeit und diese können zu finanziellen Gewinnen führen. Ihr habt die Fähigkeit, Großes zu vollbringen und euch gemeinsam mit anderen in Projekten zu engagieren, die für eure Firma sehr bedeutsam sind. Wenn ihr euer eigenes Geschäft leitet oder mit Immobilien zu tun habt, ergibt sich vielleicht die Chance, ein Objekt oder Projekt zu übernehmen, das andere aufgegeben oder zerstört haben. Erfolgversprechend ist auch eine Neugestaltung eurer Markenpolitik und allgemein von Werbemaßnahmen. Günstig ist das Jahr zudem für Jobwechsel oder Stellungswechsel in eure Firma. Neue Software, Computer oder Telefone können euren Fortschritt und Erfolg unterstützen. Ihr könnt alternative Verkaufskanäle und neue Lösungen erarbeiten und gewinnbringend nutzen. Der Neptun-Einfluss weist allerdings auf mögliche Gerüchte über euch oder Fehlinterpretationen eurer Arbeit hin. Verlasst euch nicht auf lockere Versprechungen und wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr was richtig verstanden habt, fragt so lange nach, bis Klarheit herrscht. Am besten ist es, sauber aufzuschreiben, was vereinbart wurde, sodass beide Seiten wissen, was die andere sagte und meinte. Finanziell sieht es gut aus. Ein Richtungswechsel kann euer Einkommen oder euren Umsatz sogar steigern. Für Spekulationen ist das Jahr dann günstig, wenn ihr erstens eine gute Intuition habt, zweitens eine ordentliche Marktanalyse durchführt und drittens euren Plan konsequent durchzieht. Gesundheit und Vitalität. Dank der günstigen Aspekte von Uranus und Pluto habt ihr gute Regenerationsfähigkeiten und seid offen für Neues. Das kann euch auch gesundheitlich den Rücken stärken. Zum Beispiel, indem ihr alternative Heilmethoden ausprobiert oder einen neuen interessanten Sport anfangt oder eure Ernährung umstellt. Der Einfluss von Neptun weist allerdings auf ein erhöhtes Risiko für Infektionen hin. Deswegen tut alles, um euer Immunsystem zu stärken und geht Leuten mit Krankheitssymptomen aus dem Weg. Möglich auch, dass ihr viel Schlaf braucht und intensiv träumt. Darauf solltet ihr Rücksicht nehmen. Möglich sind auch unklare Diagnosen oder unerwartete Reaktionen auf Medikamente. Holt euch gegebenenfalls eine zweite Meinung ein, wenn ihr euch nicht sicher seid. Mehr Einzelheiten zu euren Tendenzen und weitere Planeteneinflüsse sowie die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt empfangen, findet ihr in unserem Jahrbuch 2021 und außerdem auch die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen! 2021 bekommt ihr kosmischen Rückenwind. Das vergangene Jahr war für viele von euch sehr anspruchsvoll. Wenn ihr am Ball geblieben seid und die Herausforderungen gemeistert habt, tragen eure Anstrengungen nun Früchte. Die Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter stehen günstig und zeigen neue Perspektiven und Chancen an und zwar sowohl für eure Arbeit und Karriere als auch in euren Beziehungen. Eure Beliebtheit steigt und auch Projekte, an denen ihr schon eine Weile arbeitet, erhalten Auftrieb. Außerdem kehren Optimismus und Selbstvertrauen wieder zurück, die ihr vielleicht zeitweise vermisst hattet. Für die Liebe und eure Beziehungen sind die meisten Aspekte positiv. Ihr könnt euer Beziehungsleben genießen, sei es durch eine neue Romanze, eine Hochzeit oder mit der Familie. Wenn ihr fest liiert seid, gibt es vielleicht Kinder oder Enkelkinder, die euch glücklich machen und auf deren Kreativität oder gute Leistungen ihr stolz sein könnt. Auch die Erfahrung, gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen oder, sobald es wieder möglich ist, Abenteuer auf Reisen zu erleben, fördert eure Verbindung und euren Zusammenhalt. Glücklich sind auch alle Vagegeborenen, die Interessensgebiete mit ihrem Schatz teilen. Warum bucht ihr nicht gemeinsam einen Fortbildungs- oder Hobbykurs? Wenn ihr Single seid, versprechen die Sterne Gelegenheiten zu flirten und neue Leute kennenzulernen. Zum Beispiel, indem ihr euren Hobbys nachgeht oder Sport treibt. Wenn ihr einen Hund habt, ist das auch ein Flirtmagnet auf den Spaziergängen. Was euch Lebensfreude und Anregung gibt, kann euch gleichzeitig auch eine neue Liebe bescheren. Und die Chancen sind gut, dass aus Begegnungen langfristige Beziehungen werden können. Für einige von euch zeigen die Sterne allerdings auch mögliche Krisen an. Vielleicht erkrankter Partner oder ein geliebtes Familienmitglied. Vielleicht habt ihr aber auch mit einer schwierigen Familiendynamik zu tun, bei der Interessen, zum Beispiel Erbschaftsangelegenheiten, hinter eurem Rücken verfolgt werden. Achtet darauf, wem ihr vertrauen könnt und wer offen und ehrlich zu euch ist. Mit diesen Menschen seid ihr auf der sicheren Seite. Für eure Karriere und die Finanzen wirken sich die günstigen Aspekte der Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter sehr vorteilhaft aus. Projekte, an denen ihr die letzten zwei bis drei Jahre gearbeitet hattet, tragen nun Früchte und fangen an, sich auszuzahlen. Außerdem eröffnen sich neue Möglichkeiten für Wachstum und Erfolg. Euer Einsatz und eure Disziplin fallen positiv auf und das kann zu einer Beförderung, einem Bonus oder einer Prämie führen. Ihr könnt beruflich aufsteigen und eine wichtigere Position mit Autorität und Verantwortung übernehmen oder euch vorteilhaft verändern. Wenn ihr selbstständig seid, könnt ihr Kunden und Klienten hinzugewinnen. Auch als Speaker, Lehrer, Professoren oder Coaches findet ihr großen Anklang, auch dann, wenn ihr auf Online-Technologien ausweichen müsst. Einigen von euch kann jedoch der schwierige Aspekt von Pluto noch zu schaffen machen, sodass ihr eure Position in Gefahr seht. Das kann auch durch äußere Umstände geschehen, beispielsweise weil jemand erkrankt oder ein Geschäftspartner bankrott geht. Möglich auch, dass man versucht, eure Autorität zu untergraben. Wenn ihr solche Probleme erkennt, geht dagegen vor bzw. legt euch einen Plan B zurecht. Finanziell sieht die Entwicklung für 2021 sehr erfreulich aus. Ihr seid jetzt in einem Zyklus, in dem ihr mehr Geld verdient bzw. eure Verkaufszahlen steigern könnt. Auch finanzielle Partnerschaften können sich als vorteilhaft erweisen. Gesundheit und Vitalität Insgesamt versprechen die Sterne gute Gesundheit, Besserung bei bestehenden Problemen und erhöhte Vitalität und Widerstandsfähigkeit. Sport und Hobbys, aber auch ein aktives Liebesleben tragen viel zu eurer Vitalität bei und unterstützen euer Herz und den Blutkreislauf. Das hilft euch, kleinere Infektionen oder Schwächephasen schnell zu besiegen. Gesundheitliche Probleme könnten eher die Geborenen der dritten Dekade betreffen. Vermutlich handelt es sich dabei meist um längerfristige Geschichten, die sich unbemerkt entwickelt haben und nun kritisch werden können. Vielleicht ist auch jemand, der euch nahe steht, davon betroffen und frühzeitige Erkennung ist wichtig. Doch ihr erhaltet Unterstützung bei der Aufklärung und Behandlung. Mehr interessante Planeteneinflüsse und die Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres findet ihr in unserem Jahrbuch 2021. Außerdem erfahrt ihr dort auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen! Ihr geht mit guten Voraussetzungen ins Jahr 2021. Die meisten Skorpiongeborenen laufen in Krisenzeiten zur Hochform auf und das Krisenjahr 2020 hat wahrscheinlich eure besten und stärksten Seiten hervorgebracht. Im neuen Jahr profitiert ihr weiterhin von einer besonderen Formation, die Machtplanet Pluto, Fantasieplanet Neptun und Innovationsplanet Uranus miteinander bilden. Das wirkt sich für die nächsten drei bis vier Jahre sehr positiv aus. Euer Verstand wird dadurch geschärft und ihr seid fähig, mehrere Projekte gleichzeitig zu handeln. Sehr wahrscheinlich seid ihr auch top organisiert und das steigert eure Leistung und Produktivität. Liebe und Beziehungen. Der sanfte Neptun weckt eure romantische Ader und ihr träumt von Flirts und betörenden Erlebnissen. Gut möglich, dass Liebe und Romantik auf der Basis künstlerischer Interessen und Bestrebungen gedeihen. Wenn ihr Kinder habt, können sie eine sehr inspirierte Phase erleben und wenn sie sich für eine musische oder künstlerische Richtung entscheiden, solltet ihr sie darin unterstützen. Heikler sind die Spannungsaspekte von Uranus und Saturn. Sie zeigen, dass eure Beziehungen sowohl beruflich als auch privat und in romantischer Hinsicht an einen kritischen Punkt geraten können. In Konflikten geht es häufig darum, wer welche Aufgaben übernimmt oder auch wer die Verantwortung zum Beispiel für ein älteres Familienmitglied trägt oder für die Eltern, wenn sie Hilfe brauchen. Oder ihr geratet wegen Reparaturen im Haus oder eines Umzugs unter Stress. Ihr solltet euch auf jeden Fall bei so wichtigen Angelegenheiten miteinander beraten. Wenn ihr Herausforderungen gemeinsam meistert, kann das den Weg für eine neue Richtung in der Partnerschaft oder im gemeinsamen Lebensstil ebnen. Dafür lohnt es sich gegebenenfalls auch, eine Paartherapie in Anspruch zu nehmen. Manche von euch werden sich wohl auch aus guten Gründen zu einer Trennung durchringen und das kann dann wie eine Befreiung wirken. Für Singles kann der Einfluss von Uranus und im ersten halben Jahr auch Lilith den Beginn einer neuen spannenden Beziehung anzeigen, ebenso auch erotische Experimente. Ihr fühlt euch jünger und lebendiger, jedoch ist noch nicht ganz sicher, ob das Ganze langfristig eine Zukunft hat. Karriere und Finanzen. Wie schon in den letzten Jahren verfügt ihr über visionäre Kräfte und gute Fähigkeiten in Marketing und Werbung. Ihr könnt andere überzeugen und anleiten und ihr Vertrauen gewinnen, denn ihr erspürt deren Bedürfnisse und Wünsche. Daher finden eure Angebote und Vorschläge großen Anklang. Häufig erkennt ihr Gelegenheiten, die euch Gewinne und Vorteile sichern, bevor andere zuschlagen können. Eure Stärken sind außerdem euer Instinkt sowie eine außergewöhnliche Gabe, genau die Informationen ausfindig zu machen, die für euch oder eure Firma am wertvollsten und nützlichsten sind. Jedoch hält das Jahr für viele von euch auch große Herausforderungen bereit. Unvorhergesehene Ereignisse und Veränderungen im Arbeitsbereich können äußerst störend sein und sogar zu Krisensituationen führen. Dann seid ihr plötzlich gefordert, Dinge wieder unter Kontrolle zu bekommen, ohne auf die bewährte Unterstützung zurückgreifen zu können. Vielleicht beginnt ihr auch ein neues Arbeitsverhältnis oder wechselt in eine andere Position oder Abteilung. Möglich auch, dass ihr im Streit geht, weil ihr die bisherigen Bedingungen nicht akzeptieren könnt. Ideal wäre es, wenn ihr selbst ein Team zusammenstellen könntet, das verlässlich, prinzipientreu und genauso einsatzfreudig wie ihr selbst arbeitet. Eure finanzielle Situation gestaltet sich zeitweise schwankend und unberechenbar. Vertraut da bitte unbedingt eurem Instinkt, der euch sagt, wann die Gelegenheit gut ist und wann es besser ist, vorsichtig zu sein. Bildet Rücklagen und macht möglichst keine Schulden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gesundheit und Vitalität. Am wichtigsten ist es dieses Jahr, dass ihr übermäßigen Stress und Erschöpfung vermeidet. In eurem Leben ist viel los und vieles verändert sich und als typische Skorpione geht ihr ja auch keiner Herausforderung aus dem Weg. Um die Nebeneffekte von zu viel Stress und Druck zu mindern, könnt ihr leichten Sport machen oder fließende Bewegungen wie Spaziergänge, Yoga, Schwimmen oder Radfahren in den Alltag einbauen. Auch meditieren und entspannende Musik selbst machen oder hören ist hilfreich. Chiron zeigt euch, dass ihr auch nur Menschen seid und wenn ihr bisher gewöhnt wart, praktisch unkaputtpaar zu sein, müsst ihr euch jetzt vielleicht damit anfreunden, öfter an eure Grenzen zu stoßen und darauf Rücksicht zu nehmen. Mehr interessante Planeteneinflüsse und welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen, erfahrt ihr in unserem großen Jahrbuch 2021. Dort findet ihr auch die Highlights und die kritischen Phasen des gesamten Jahres. Hallo ihr fabelhaften Schützegeborenen, es sieht nach einem guten Jahr mit positiven Chancen und Erfolgen aus. Der Wechsel von Jupiter und Saturn in den Wassermann ist eine erfreuliche Nachricht, denn dort stehen sie im günstigen Freundschaftsaspekt zu euch. Das ist ein Hinweis, dass ihr viel erreichen und wichtige Projekte verwirklichen könnt. Der Einfluss fördert auch eure Beliebtheit und finanzielle Gewinne durch euren Arbeitseinsatz und Investitionen. Der aufsteigende Mondknoten zeigt außerdem, dass Partnerschaftsthemen und Begegnungen sehr wichtig für euch sind. Durch sie könnt ihr ein Stück auf eurem eigenen Seelenweg vorankommen. Liebe und Beziehungen. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Ihr erfreut euch steigender Beliebtheit, man mag euch sehr und ist gerne in eurer Gesellschaft. Ihr könnt neue Freunde finden und die alten bleiben euch auch erhalten. Vielleicht trefft ihr dieses Jahr auch einige, die ihr seit langem nicht gesehen habt. Wenn ihr Single seid, könnt ihr eurem Seelenpartner oder Partnerin begegnen. Auch festliierte Schützen treffen auf Menschen, die ihnen Türen öffnen und sie auf ihrem Lebensweg voranbringen. Besonders deutlich wird das jeweils zu den Sonnen- und Mondfinsternissen dieses Jahres, wenn die himmlischen Hauptlichter eure Beziehungsachse aktivieren. Dass euer Liebesleben nicht nur seelischen Tiefgang hat, sondern auch ziemlich abenteuerlich ausfallen kann, verrät der Einfluss der wilden Lilith in der zweiten Jahreshälfte. Schwieriger zu handhaben ist die Energie von Neptun, der zwar Romantik verspricht, aber auch Täuschung und Illusion. Seid vorsichtig damit, Beziehungen mit Menschen anzufangen, die nicht das sind, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen oder die was verheimlichen, zum Beispiel, dass da noch eine zweite Beziehung im Spiel ist. Eine gute Strategie wäre, euer Selbstbewusstsein zu stärken und mehr Klarheit über eure Beziehungsziele und eure emotionalen Bedürfnisse zu schaffen, damit ihr nicht in Situationen kommt, wo ihr auf den falschen Typ Mensch trefft. Karriere und Finanzen. Saturns Ehrgeiz ergreift nun langsam Besitz von euch. Deshalb ist es wichtig, ein lohnendes Ziel zu haben. Es sieht ganz danach aus, dass euer Kopf voller Ideen mit viel Potenzial ist und ihr bereit seid, euch an die Arbeit zu machen. Wichtig ist, dass ihr einen guten Plan habt und eure Zeitvorgaben pünktlich einhaltet. Nehmt euch auch die Zeit und wählt eure geschäftlichen Kontakte und Partner klug und vorsichtig aus. Neptun zeigt, dass auch beruflich Vertrauensfragen im Raum stehen und dass ihr gut aufpassen müsst, nicht über den Tisch gezogen zu werden und auch selbst keinen Raum für Gerüchte und Unklarheiten zu lassen. Es empfiehlt sich, die vielen Informationen, die ihr erhaltet, ordentlich zu sichten und gründlich zu bewerten. Das kann euch einen Vorteil verschaffen und verbessert eure Ausrichtung auf euer Ziel. Finanziell sieht es nach einem guten Jahr aus. Denn Jupiter unterstützt ein höheres Einkommen. Die Entwicklung ist positiv für euren Umsatz, Werbung und technologischen Fortschritt. Jedoch müsst ihr euch vor Hochstaplern und Trickbetrügern hüten. Es besteht die Gefahr, einem finanziellen Schwindel aufzusitzen, was euch teuer zu stehen kommen könnte. Außerdem solltet ihr auch Leute genau unter die Lupe nehmen, die euch zum Beispiel bei Reparaturarbeiten zu Hause oder der Durchführung von privaten Verkäufen ihre Hilfe anbieten. Achtet immer darauf, was eure Antennen sagen, damit ihr wisst, was zu tun ist und mit welchen Menschen ihr euch umgebt. Gesundheit und Vitalität. Jupiter und Saturn im Wassermann zeigen günstige gesundheitliche Einflüsse an, die euch sowohl anregen als auch stabilisieren. Wenn ihr jedoch unter dem Neptun-Einfluss steht, kann das eure Vitalität schwächen und ihr fühlt euch dann öfter müde, ausgelaugt, benommen oder seid anfällig für Schwindel. Versucht eure tägliche Routine zu optimieren, wie zum Beispiel euer Schlafverhalten oder Entspannungspausen. Bei unklaren Diagnosen solltet ihr euch eine zweite Meinung einholen. Der günstige Aspekt von Heiler Planet Chiron zeigt, wie wichtig es ist, ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen und Möglichkeiten zu nutzen, mal im Rampenlicht zu stehen. Es ist sehr förderlich für euch, Herausforderungen zu bewältigen und stolz auf eure Leistungen zu sein. Mehr wichtige Informationen, zum Beispiel, welche Geburtstagskinder von den Sonnen- und Mondfinsternissen beeinflusst werden und natürlich auch die Highlights und die kritischen Phasen, die findet ihr dann in unserem Jahrbuch für 2021. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen. Drei Jahre mit Saturn in eurem Zeichen sind nun überstanden. Für die meisten von euch war es eine ebenso erfolgreiche wie anstrengende Zeit und wahrscheinlich könnt ihr auf so manche Errungenschaft stolz sein. Doch die Strapazen, besonders natürlich des zurückliegenden Jahres, stecken euch wahrscheinlich noch in den Knochen. Das sollte sich nun bessern. Für einige von euch geht der Erfolgsmarathon weiter, da Pluto noch drei Jahre im Steinbock bleibt. Der sanfte Neptun weckt eine Sehnsucht nach Romantik in euch und durch Uranus wirkt ihr anziehend und könnt neue Beziehungen wie auch neue Projekte starten. Liebe und Beziehungen. Dank Uranus wirkt ihr attraktiv und seid offen für interessante Menschen. Die Singles unter euch dürften kein Problem haben, neue Bekanntschaften und Flirts anzuknüpfen. Auch inspirierende neue Businessbeziehungen und Freundschaften können sich ergeben. Im ersten Halbjahr zeigt zudem Lilith aufregende und sinnliche Liebesaffären an, die nicht unbedingt gesellschaftskonform sind. Sie wecken in euch den Wunsch, authentisch euren Impulsen zu folgen. Viele von euch haben dank Neptun Aussicht auf wunderbar romantische und spirituelle Momente. Sei es mit eurem festen Partner oder mit jemandem, den ihr neu kennenlernt. Euer Herz ist offen für unvergessliche Liebeserfahrungen. Einige von euch erleben durch den Chiron-Einfluss Konflikte mit Vaterfiguren oder müssen Verantwortung für erkrankte oder hilfsbedürftige Familienmitglieder übernehmen. Dadurch dürft ihr lernen, liebevoller mit anderen und euch selbst umzugehen und menschliche Schwächen zu akzeptieren. Wenn ihr den Einfluss von Pluto empfangt, kann eure Beziehung große Kraft entwickeln und ihr könnt zu einem Powerpaar werden. Es besteht jedoch auch die Gefahr von Machtspielchen oder ihr werdet durch äußere Umstände gezwungen, euch als Paar neu zu erfinden. Im November und Dezember können sehr mächtige und intensive Gefühle zu jemandem aufkommen. Wenn es gut läuft, könnt ihr neue Dimensionen der Sexualität und Erotik erleben, aber es kann auch eine schwierige Erfahrung werden. Daher solltet ihr euch sehr sicher sein, was ihr tut und mit wem ihr es tut. Karriere und Finanzen Ihr habt in den vergangenen drei Jahren ein Fundament gelegt, das euch gut in die Zukunft tragen kann. Nun geht es darum, dass ihr kontinuierlich fortsetzt, was ihr begonnen habt. Es ist Teil eures Lebenswerks, also bleibt dran und entwickelt es weiter, dann werdet ihr erfolgreich sein. Auf dieser Grundlage könnt ihr außerdem neue Dinge hinzufügen. Ihr seid innovativ, euch kommen neue Ideen, ihr macht neue Pläne und startet neue Projekte, Produkte oder Services. Viele von euch haben in ihrem Arbeitsbereich nun auch größere Macht und mehr Einfluss, jedoch sind auch Machtkämpfe möglich. Wenn ihr einen Weg findet, euren Einsatz und eure Mittel mit denen anderer mächtiger Leute zu bündeln, kann das für alle Beteiligten ein großer Gewinn sein. Manchmal sind es auch Charme und Überzeugungskraft, die zum Erfolg führen. Die Menschen suchen eure Nähe und euren guten Rat. Im Gegenzug werden sie euch unterstützen oder weiterempfehlen und euch damit Erfolgschancen bieten. Möglich auch, dass ihr jetzt Mitarbeiter findet, die gerne ihre speziellen Talente für eure Bestrebungen zur Verfügung stellen und das kann eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit werden. Ihr habt exzellente Marketingideen und ein Stilempfinden, das bei anderen sehr gut ankommt. Finanziell könnt ihr euch 2021 wahrscheinlich verbessern, denn euer Verdienst dürfte sich steigern. Andererseits können wichtige Investitionen nötig werden. Es empfiehlt sich über Wege nachzudenken, wie ihr eure Kosten reduzieren könnt und auf finanzielle Risiken weitgehend zu verzichten. Gesundheit und Vitalität. Insgesamt sieht es nach einem guten Jahr für euch aus. Lebensfreude, Spaß und Genuss unterstützen eure Gesundheit, ebenso wie Erfolge zu feiern. Also strebt nach eurer persönlichen Erfüllung. Wenn ihr etwas für die Gesundheitsvorsorge tun wollt, dann schaut mal, ob ihr eurem Körper wirklich genug Wertschätzung entgegenbringt. Regelmäßiger Sport zum Ausgleich ist praktisch ein muss. Und achtet auch darauf, welche Lebensmittel und sonstigen Substanzen ihr regelmäßig konsumiert und wie sie euer Körpergefühl und Wohlbefinden beeinflussen. Ich als Steinbock habe zum Beispiel angefangen, mich weitgehend vegan zu ernähren und fühle mich sehr wohl damit. Kann ich euch nur empfehlen. Mehr interessante Einzelheiten zu den Planeteneinflüssen und für welche Geburtstagskinder die Aspekte wirken, erfahrt ihr in unserem Jahrbuch, geschrieben von zwei Steinböcken. Außerdem findet ihr dort auch die Highlights und kritischen Phasen des gesamten Jahres. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen. Für euch wird es ein aufregendes Jahr mit vielen Chancen. Die großen Player, Jupiter und Saturn, befinden sich beide in eurem Zeichen. Das ist eine ganz neue und erfolgversprechende Energie. Dabei bringt Jupiter viele günstige Gelegenheiten für Wachstum und Expansion in eurer Karriere und auch für euer soziales Leben. Dank Saturn, der für fast drei Jahre in eurem Sonnenzeichen verweilt, seid ihr aufgrund steigender Verantwortung stärker gefragt. Macht euch bereit für einen dreijährigen Erfolgsmarathon. Liebe und Beziehungen. Mit Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen erfreut ihr euch großer Beliebtheit. Menschen fühlen sich zu euch hingezogen und spüren, dass sie in eurer Umgebung Aufregendes erleben können. Und so können die Singles unter euch auch einen wunderbaren neuen Partner oder Partnerin in ihr Leben ziehen. Romantische und auch abenteuerliche Liebeserlebnisse sind möglich und einige von euch könnten sogar einen Antrag erhalten, beziehungsweise dem oder der Liebsten selbst einen Antrag machen. Auch in eurem Familienkreis sind freudige Ereignisse wie eine Geburt oder Hochzeit möglich. Gleichzeitig empfangt ihr jedoch Einflüsse von Uranus und Saturn, die zeigen, dass es in Freundschaften, Beziehungen oder der Familie zu Prüfungssituationen kommen kann. Ebenso auch mit Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Dabei geht es häufig darum, inwiefern man bereit ist, etwas verbindlich zuzusagen oder wer wie viel Freiraum braucht und bekommt. In der ersten Jahreshälfte kann der Einfluss von Lilith bewirken, dass ihr eher radikal und kompromisslos seid. Besonders im Januar könnte es deswegen sogar zum Bruch kommen. Deshalb wartet lieber ab, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Wenn ihr bereit seid, die Herausforderung gemeinsam mit den Beteiligten anzugehen, könnt ihr miteinander eine neue Richtung einschlagen, ohne die Beziehung zu zerstören. Wenn sich das nicht umsetzen lässt, ist eine Trennung vielleicht die beste Lösung. Möglich sind auch spürbare Veränderungen dadurch, dass jemand wegzieht oder auszieht. Karriere und Finanzen. Mit den großen Playern Jupiter und Saturn in eurem Zeichen habt ihr Möglichkeiten für Wachstum und ein höheres Einkommen, besonders durch die Anwendung neuer erfolgreicher Strategien. Jedoch ist das auch mit steigenden Anforderungen an eure Disziplin und Verlässlichkeit und mit größerer Verantwortung verbunden. Gleichzeitig ergeben sich unter dem Einfluss von Uranus unerwartete Ereignisse und plötzlich auftretende Gelegenheiten. Wahrscheinlich seid ihr gefordert, euch neue Fähigkeiten und Taktiken anzueignen und den Umgang mit neuen Geräten und Arbeitsmitteln zu erlernen. Möglich ist auch, dass ihr aufgrund einer beruflichen oder privaten Entwicklung plötzlich um- oder ausziehen müsst, was natürlich große Auswirkungen auf euren Arbeitsalltag hat. Saturn schenkt euch die Fähigkeit, den Kurs zu halten und rät, einen gut durchdachten Plan zu entwickeln, der eurem Leben Struktur gibt, aber dennoch flexibel genug ist, um veränderte Umstände zu integrieren. Finanziell sind die Tendenzen günstig. Euch bieten sie Chancen, mehr Geld zu verdienen und die solltet ihr nutzen. Wenn ihr im Vertrieb arbeitet, steigen eure Verkaufszahlen und ihr könnt neue Kunden gewinnen, die euch langfristig erhalten bleiben. Wenn ihr angestellt seid, ist es gut möglich, dass man euch eine Gehaltserhöhung anbietet. Ihr könnt auch selbst die Initiative ergreifen und ein Gespräch mit dem Chef wagen, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass eure Leistungen solch eine Erhöhung rechtfertigen. Tatsächlich seid ihr nun auf dem Hoch eines zwölfjährigen Zyklus angelangt. Gesundheit und Vitalität. Jupiter auf eurer Sonne ist natürlich top für eure Vitalität, kann euch aber auch dazu verführen, es mit allem zu übertreiben. Achtet auf die Qualität eurer Ernährung. Was ihr euch jetzt zuführt, kann stärkend und heilend wirken oder sich als Hüftgold niederschlagen, wenn ihr es mit dem Futtern oder auch dem Alkohol übertreibt. Vitamin D und E können hilfreich sein. Das Zusammenspiel von Saturn und Uranus macht euch anfällig für Erschöpfung und Überreizung. Falls Warnsignale von eurem Herzen oder eurem Nervensystem kommen, bitte nicht ignorieren. Wichtig ist eine gute Balance zwischen Arbeit, Entspannung, Ausruhen und Workout. In unserem Jahrbuch sind wir noch wesentlich ausführlicher auf die komplexe Wechselwirkung von Saturn und Uranus für die Wassermanngeborenen eingegangen. Das solltet ihr euch in Ruhe durchlesen. Außerdem findet ihr dort die Highlights und die kritischen Phasen für alle drei Bereiche des Lebens des gesamten Jahres. Hallo ihr fabelhaften Fischegeborenen, ihr werdet vom Kosmos reich beschenkt. Von Neptun mit Inspirationen, Empathie und bezaubernden romantischen Momenten. Machtplanet Pluto lässt euren Einfluss wachsen und ihr könnt Großes leisten. Und Innovationsplanet Uranus aktiviert eure geistige Energie, sodass euer Verstand hellwach ist und ihr tolle neue Ideen habt. Von Mai bis Juli macht außerdem Glücksplanet Jupiter einen ersten Schritt in die Fische. Das ist ein Vorbote für Wachstum, Wohlstand und allgemein gute Zeiten für euch. Liebe und Beziehungen. Dank Neptun in eurem Zeichen kann sich eure angeborene romantische Natur besonders schön entfalten, sei es mit dem festen Partner oder mit einem neuen Flirt. Für einige von euch geht es um Vertrauensfragen. Vielleicht habt ihr Schwierigkeiten mit dem Nein sagen. Vielleicht sendet ihr auch unbewusst Signale aus, die von anderen als Flirt missverstanden werden, obwohl ihr es gar nicht so gemeint hattet. Es ist wichtig, in Herzensangelegenheiten ganz ehrlich und vertrauenswürdig zu sein, sonst könnt ihr in eine Dreieckssituation geraten, von der ihr schnell überfordert seid. Der aufsteigende Mondknoten zeigt, dass 2021 ein Kinderwunsch für euch in Erfüllung gehen kann oder auch, dass ein Enkelchen ankommt. Das gilt in besonderem Maße für die Fische-Aszendenten unter euch. Wenn ihr Single seid, habt ihr besonders im ersten halben Jahr sehr prickelnde Einflüsse, um witzige und ungewöhnliche neue Leute kennenzulernen und aufregende Flirts anzufangen. Vielleicht ändert ihr auch euren Look und euren Stil und zieht dadurch neue, spannende Leute in euer Leben. Von Mai bis Juli habt ihr eine besonders schöne Liebesphase. Im zweiten halben Jahr bringt ein Spannungsaspekt von Lilith Unruhe in euer Privatleben und es kann sein, dass ihr mit Beziehungsexperimenten andere vor den Kopf stoßt oder renitente Töchter oder Schwiegertöchter fordern euch heraus. Im Zusammenspiel mit dem Mondknoten kann es auch Aufregung um einen Nachwuchs geben, der vielleicht nicht geplant war und nun muss vieles neu überlegt oder geregelt werden. Dank Jupiter dürft ihr jedoch mit einem Happy End rechnen. Karriere und Finanzen. Zunächst bringt euch der sanfte Neptun die Botschaft, dass ihr umso produktiver seid, je weniger Stress ihr aushalten müsst. Ihr solltet daher möglichst für eine harmonische Arbeitsumgebung sorgen und vielleicht sogar überlegen zu wechseln, wenn ihr euch in einem Job nicht wohl fühlt. Wenn ihr euch entspannen könnt, dann fließen die Ideen und Inspirationen nur so. Wenn ihr in einem kreativen oder helfenden Beruf arbeitet, aber auch wenn ihr selbstständig seid oder Influencer werden wollt, habt ihr sehr gute kosmische Tendenzen. Viele von euch haben tolle Zukunftsideen und sehen Perspektiven, die auch andere faszinieren und ihr könnt euch neue Kunden und Märkte erschließen. Eine gute technische Ausrüstung mit entsprechenden Computern, Smartphones und Apps kann euch wertvolle Dienste leisten. Vielleicht könnt ihr sogar selbst eine neue Anwendung oder Software erfinden. Insgesamt bietet euch das Jahr sehr gute Gelegenheiten, durch persönlichen Einsatz euer Einkommen zu steigern. Möglich sind auch Einnahmen durch passive Methoden wie Langzeitinvestitionen. Die Zeit von Mitte Mai bis Ende Juli ist günstig, um nach einer neuen Arbeitsstelle zu suchen, eine Gehaltserhöhung anzufragen oder euer Unternehmen auszuweiten. Dabei weist Tiron darauf hin, dass ihr euch manchmal überwinden müsst, um für eure Leistung die entsprechende Vergütung zu fordern. Vielleicht beeinträchtigen auch Glaubenssätze euer Verhältnis zum Geld und Wohlstand. Das gilt es zu ändern, denn ihr seid es wert. Gesundheit und Vitalität. Neptun in eurem Zeichen macht euch empfindsam und durchlässig für Eingebungen aus der geistigen Welt. Doch sein Einfluss kann leider auch mit gewissen Beschwerden einhergehen, zum Beispiel Müdigkeit, Eisenmangel oder Schwindel. Vorsicht auch vor Fehldiagnosen und Medikamenten, die bei euch nicht gut anschlagen. Wenn ihr unsicher seid, dann holt euch am besten eine zweite Meinung bei anderen Ärzten ein. Jupiter bewegt sich die meiste Zeit durch euer spirituelles zwölftes Haus und gibt euch das angenehme Gefühl, eine innere Führung zu haben. Wenn euch also Sorgen plagen, dann geht ins Vertrauen, dass sich die Dinge im richtigen Moment zum Guten wenden werden. Die Sterne zeigen, dass ihr sehr gute Regenerationskräfte habt. Noch viel mehr interessante Details und kosmische Einflüsse findet ihr in unserem Jahrbuch 2021. Dort haben wir auch die Geburtstagskinder aufgeführt, die besondere Aspekte ganz direkt empfangen und außerdem natürlich die Highlights und die kritischen Phasen des gesamten Jahres. Das waren meine Gedanken zu euren Konstellationen für das Jahr 2021. Das Jahrbuch ist jetzt erhältlich und ihr könnt es über die Bücherseite meiner Homepage oder auch direkt bei Amazon bestellen. Ihr findet darin noch viele weitere ausführliche Deutungen aller Planeteneinflüsse auf euer Sternzeichen und auch viele praktische Tipps, wie die sich in eurem Leben auswirken und wie ihr damit umgehen könnt. Und wir haben wieder alle Geburtstagskinder aufgeführt, die besondere Aspekte direkt auf ihre Sonne empfangen. Außerdem gibt es zu jedem Kapitel auch die ausführlichen Highlights und kritischen Phasen des ganzen Jahres und jetzt neu auch eine grafische Übersicht über euer Jahr. Eine tolle Ergänzung zu dem Buch ist der Antonias Sterne Kalender mit den täglichen Aspekten von Sonne und Mond und allen wichtigen kosmischen Ereignissen im kalendarischen Überblick. Das Buch und den Kalender könnt ihr über die Bücherseite meiner Homepage bestellen und die verlinke ich euch hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr spezielle Fragen zu euren Projekten oder eurem Liebesleben im neuen Jahr habt, könnt ihr gerne ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen, am Telefon oder auch mit Video als Zoom-Meeting. Und ihr findet auf meiner Beratungsseite auch viele computerbasierte schriftliche Horoskope als PDF mit euren persönlichen Transiten. Die sind schon eine sehr umfassende Orientierungshilfe, aber auf spezifische persönliche Anliegen kann ich eben nur im Gespräch eingehen. Den Link zu meinem kompletten Beratungsangebot findet ihr hier auf der Infokarte und auch natürlich in der Videobeschreibung. Oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an und meine Assistentin Sonja hilft euch gerne weiter. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal könnt ihr ein persönlich signiertes Exemplar meines Jahrbuchs gewinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte einen netten und konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Dann könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade. Achtung, wer gewonnen hat, das gebe ich euch im Sternzeichen-Video für den Januar bekannt. Das geht vor Weihnachten noch online. Und hier geht es zum Kanalabo und empfehlen möchte ich euch noch das Video-Special über Lilith im Stier und mein Erklärvideo zum neuen Antonias Sterne-Kalender. Ich wünsche euch ein gesundes und liebevolles Jahr 2021. Alles Gute mit den Sternen.